Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Forza Motorsport 6 machen wir jetzt mal weiter hier in Monza. Also wollen wir mal das letzte Rennen dieser Serie. Also mal gucken was wir hier noch machen können. Das können wir machen. Haben wir es schon und das kommt jetzt 5 Runden, ok. Wow! Wow! Ahhhhh Ich hab grad kein Gefühl im Wagen hier Ich hab grad kein Gefühl Aber jetzt ist es So Perfekt Nicht ganz perfekt Gehen wir aus dem Blickwinkel Und Platz 4 Und Platz 4 Schönen Des Mexican Vigermen Im Weg in Bereichen Vigermen Hymer Beren Ja komm, du willst es doch auch. Du willst das so weit. Ja, wir sind noch nicht, oder? Ich verliere gerade einen Meter, ich verliere gerade einen Meter. Ey, ich habe aber jetzt richtig verloren. Was ist denn jetzt hier kaputt gegangen? Wie kann ich denn ein bisschen so viel Meter verlieren? Was ist denn jetzt kaputt gegangen? Was ist denn jetzt hier los? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Kollege gibt den einfach nicht auf. Kass, 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 kass! 143 So, das sieht jetzt mal wieder relativ souverän aus. Ich hab keiner, was im ersten Versuch los war. Keine Stimme. So, das war's noch mit dieser Serie, glaube ich. Das heißt, wir müssen uns jetzt von Celine trennen. Fahne. Fahne. Fahne? Fahne. Fahne. Reicht locker. Italien, Italien, Italien. Okay. Sehr abgeschossen. So, liebe Leute, ich bringe mir fürs Zuschauen bis in diesem Part von Forza Motorsport 6. Bis dahin, haut rein und tschüss.